Hallo meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist gleich 22.30 Uhr. Wir wollen mal wieder die Rangliste spielen. Es ist meine 24. Rangliste und 542,2 ist mein Schnitt. Ich habe mich hier angemeldet. Ihr könnt es hier sehen, 22.30 Uhr und es geht gleich los. Ich habe jetzt das Mikrofon, was ihr hier seht, installiert und ich hoffe tonmäßig ist das ganz okay jetzt. Dann würde ich sagen, warten wir, bis die Karten verteilt sind. Bis gleich. So, die Karten sind verteilt und schauen wir mal, was die Karten so mit sich bringen. Erstes Spiel schonmal. Einen Gramm. 17. Ja, Herz 10 anscheinend gedrückt. Oh, er sticht Herzkönig. Aber dann sind wir raus. Kreuz. Kreuz hat er beim ersten Mal abgeworfen. Dann spielen wir Kreuz. Ja, gut raus. Zwei Karoluschen im Skat hätte mir nicht gut geholfen. So, fünfvolle Kreuzkönig könnte ein Rang werden. Herz oder Pik. Theoretisch kann es alles werden, außer vielleicht ein Null. Ansonsten haben wir hier vielfältige Möglichkeiten. Ja, ein Kran ist es geworden. Noch ein Bube im Skat. Der Kran wird höchstwahrscheinlich Schneider. Ich habe mal jetzt die Lautstärke ein klein bisschen runter gedreht. Den Stichen war. Schneider. Ja, Schneider ist er auf sicher. Es gibt einen Nährstich. Vier auf. Kran einfach Schneider. Passe. Passe. 18. Grand. So, wahrscheinlich mit 300 Gramm. Nee, noch mit 2. Ich bin peeked by. Okay. Ah, scheiße. Kreuzdame wäre auch eine Option gewesen, aber es war der Karo. 18? Ja. Passe. Passe. Ja, ein Freund spielen wir da natürlich krank mit. Wenn Pikas zu dritt steht, dann gebe ich vier Stiche ab. Ja, Pikas steht tatsächlich 14. 36. 36. 18. Passe. Passe. Ja, 18 hätte ich vielleicht auch gesagt mit der Karte, aber mehr auch nicht. Peak. Ja, mit dreien. Machen wir keinen Drumstich. 15. 15. 15. 28. Schneider. Bisher sehr, sehr, sehr teure Spiele, jedes Spiel hochwertig. 18. Passe. 23. Passe. 23. Passe. 23. Passe. Ein Tronf habe ich nur. 30. 30. Schneider. Shit. Hätte. Hätte ich nur. Ah, hier ein Karo noch gedrückt. 18. Passe. 20. Oh nein, Ass in der Beikarte passe ich die Karte auch. Mallorca. Peak. Peak. Danke. 13 ist ist es hätte gereicht da habe ich nicht aufgepasst kreuz kreuzzehen ist gedrückt 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 Oh, yeah. Vielen Dank. Meine Güte, das war knapp. Passe. Passe. 18. Kreuz. Passe. 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 10 im Skater. Passe. 20. 20. Ja. 23. Ja. 27. Ja. Passe. 20. Ja. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Passe. 22. Ja. 23. Ja. 24. 22. Passe. Kreuz. Kreuz ist Trumpf. 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 Farbe. Ich würde sagen, den Gramm. Wobei, der Unterschied ist eigentlich nicht groß. Kreuz einfach Schneider zu Gramm einfach. Ja, Gramm wird ja nie Schneider. Außer Kreuz, das wird jetzt geladen. Okay. 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 Selbst wenn ich gewusst hätte, dass Kreuz aus Belang steht und ich spiele nicht den König an, wäre es trotzdem nicht Schneider geworden. Kreuzjunger im Skat. So noch drei Spiele. Das wird auf jeden Fall nicht meins. 18, passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, passe. 20, ja. 24, ja. 20, ja. 20, ja. Grand. Ja, bei 24, da muss ich Kreuz ausspielen. Ich glaube nicht, dass er den gewinnt. Der Kreuz ist blankerabt, nein, scheiße, ich hätte drei Augen verschenkt. Schade, naja, war nicht entscheidend. Aber wenn ich mit Pik rauskomme statt Kreuz, dann gewinnen wir. Passe, 18, Passe. Kreuz, Junge, ist gerade. Kreuz. Kreuz, Junge, ist gerade. 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 Das war ja mal gut, die Pik-Dame zu drücken. Letztes Spiel, Kriegsball 18, oh, Mittelhand, schwierig, mit 20 gedrückt hast, keine gute Karte, 4 Luschen und 3 Farben in der Abgabe plus noch mindestens ein Druckstich, 24, 28, das ist gut, da wird jetzt kein Ass reinkommen, 28, 31, 30. Klöckert. Hab ich das Ding gewonnen? 698, super. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, meine 24. Rangliste. Dann verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Abend, macht's gut und bis bald, euer Quantus. Und bis bald, du ist. Bis zum nächsten Mal.